hey so leute herhören hey herhören bitte 2 1 3 4 ist die nummer wir haben jetzt endlich ein postbar ok wir können uns jetzt alle sachen schicken die ihr wollt ja ich will von dir eine playstation 4 haben du bezahlst mir mein japan ausflug und von dir möchte ich bitte einfach nur barbeträge ok 2 1 3 4 ich verlinke es auch noch mal unten ok du schickst mir auch was ich möchte dass ihr alles und krieg wir können uns auch liebesbriefe schicken alles was ihr wollt habt ihr verstanden was euch das bringt nach nicht aber uns bringt was sehr sehr geil jo leute ihr habt den typen von eben hier gehört das post war es endlich aktiv ihr habt lange genug danach gefragt jetzt ist es am start alle details dazu in der beschreibung unten und ja die japan reise habe ich mittlerweile gemacht die brauchte mir also nicht mehr bezahlen das ist ganz toll der clip von eben war nämlich ein bisschen älter aber sonst könnt ihr uns trotzdem exekterweise geld schicken ist ja überhaupt kein ding nee aber schickt uns was ihr wollt wenn ihr zum beispiel alte kostüme habt die ihr uns schenken wollt oder vielleicht auch ausleihen ich weiß nicht wie man das dann machen kann wir schicken euch das wieder zurück oder so aber kann natürlich auch sein dass die kostüme beim drehen kaputt gehen kann ich jetzt nicht garantieren aber sowas wäre halt cool oder zum beispiel spiele ich zurzeit sehr viel magic wenn ihr noch alle karten bei euch rumliegen habt die ihr loswerden wollt mir ist egal ihr könnt sie uns schicken so und ansonsten schickt uns was ihr wollt wir können alles gebrauchen ich meine unsere number one prerequisite ist ein dildo also wenn ihr irgendwas lustiges habt schickt es uns und mal so Bilder oder was ihr wollt oder lasst es sein und wir können bestimmt auf dem kanal hier so ein kleines video machen jedes mal wenn irgendwie eine größere ladung da ist falls was kommt mir ist egal dass wir das dann ausladen auspacken oder ausladen aus dem fach da und dann ein video da machen damit ihr auch ein bisschen geehrt werdet für euer für euer engagement wo wir gerade bei Arno sind das video kommt die tage übrigens auch durch den release von unity kamen jetzt einige neue ziemlich geile ideen und da kann ich das video jetzt nochmal aufwerden ich habe nur noch zwei minuten das ist sehr gut aber das schaffe ich und das nächste feedback kommt auch aber erst nach dem assassin's creed unity video also alles wird ganz toll und wir sehen uns bestimmt und wir küssen uns und alles im nächsten feedback kommt dann nämlich so eine idee mit wir rufen an oder ihr ruft uns an und das kann man zusammen mit dem auspacken der postfach scheiße machen das wird bestimmt alles ganz toll und freut euch auf alles und den weltuntergang ich habe euch lieb und gut Leute ich habe da was im auge ist der hingefalli furzi Baseball ich will jetzt mal an der frau den ausschritt filmen oder so ich meine er guckt sich das dann zu hause an und was das erste was er macht kriegt löschen in jedem kickdeck packen wir das dann aus was sollt ihr aus das was die leute uns schicken das packen wir dann aus wohin wohin postfach 2 1 3 4 ich verlinke das nochmal in der beschreibung so machen wir das